Jo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start inzwischen mit dem Vlog Nummer 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Nein, Spaß beiseite. Heute ein paar kleine Themen wieder, die ich ausgesucht habe. Ich muss die nachlesen, weil ich vergesse das immer wieder. Erstes Thema natürlich. Wo ist mein Hund? Mein Hund ist weg. Ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Wir haben draußen eigentlich ein gutes Wetter. Wir haben eigentlich ein gutes Wetter, aber heute gehe ich mal nicht mit der Mila Gazi. Und zwar ist die Mila weg jetzt für einen Monat. Die ist in Spanien. Hat sich Urlaub gebucht. Ne, ist mit meinen Eltern weggefahren nach Spanien. Hoffentlich hat die da eine schöne Zeit. Genauso wie meine Eltern. Hoffentlich können die sich erholen. In Spanien ist ja auch gutes Wetter. Wir haben jetzt, soll diese Woche hier in NRW gutes Wetter sein. Ab heute. Heute scheint schon mal die Sonne. Finde ich super. Ich gehe gleich mal wieder raus. Deswegen, gute Erholung an euch alle. Zweites Thema wäre TTT. Ihr habt ja schon gesehen, Breaking Point mit Jantelpa, Turu und Kevin.de war da. Wir wollen jetzt auch TTT aufnehmen. Die werden auch wahrscheinlich mitspielen. So war es bisher geplant. Termin ist hoffentlich auf dieses Wochenende angesetzt. Hoffentlich schaffen wir das alle einzuhalten. Dann wird nächste Woche vielleicht sogar schon TTT kommen. Ich hoffe es, weil ich mag wirklich TTT. Es macht mir extrem viel Spaß. Und ja, würde mich freuen, wenn das alles klappt. Dann zum Livestream. Ihr habt ja schon einen Titel gesehen. Livestream. Fragt ihr euch, welche Livestream? Daisy? 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 Ja, Daisy. Perry hat diese Woche Urlaub. Eigentlich wollten wir das in der Woche machen, machen aber das jetzt außerhalb der Woche. Es wird erst mal am Freitagabend ein, was heißt Abend, ich weiß noch nicht wie viel Uhr, vielleicht ab 6 Uhr, also ab 18 Uhr oder so, wird es ein Dark Souls 2 Livestream geben. Ich denke, die Sachen werde ich auch nicht mehr auf YouTube hochladen, sondern ich zocke das einfach im Livestream durch. Freitag, 18 Uhr. Ich kündige das einfach mal an mit dem Matzehatze. Und Samstag kommt der erwünschte Daisy Livestream. Natürlich Arma 2 Mod und nicht Standalone Dreck. Und ja, welche Mod wird gespielt? Oder welche Mod wird gespielt? Vielleicht Origins? Also wir sind jetzt zur Zeit am Origins Fever, spielen wir sehr viel privat. Sonst Epoch vielleicht? Vielleicht ein kleines Event? Mal schauen. Wissen wir noch nicht. Dann müssen wir uns noch was ausdenken bis dahin. Vielleicht habt ihr ja Ideen, schreibt es in die Kommentare. Und das letzte Thema, RPC. Mein Gott, an alle, die da waren, war mega geil. Ich kann euch die RPC nur empfehlen. Also ist die Roleplay Convention für die Leute, die das nicht wissen. Und da gab es so viele, gab es Zombiestände, gab es die Cosplay. Ich bin ja Cosplay-Fan, also ich mag es, wenn Leute sich verkleinern, weil die Leute allgemein auch so RPC auf Gamescom, auf Dokumis. Die sind ganz anders drauf als normale Leute, die man irgendwie auf der Straße trifft, weil keine Ahnung, mit denen kann man sich viel lockerer unterhalten. Die sind viel offener und so, finde ich ganz geil. Und ich habe ein paar Bilder gemacht von den besten Cosplays, die ich so gefunden habe, oder die mir am besten persönlich gefallen haben. Lass ich mal gleich einblenden. Und ja, genieß das Ganze. Und wir sehen uns spätestens im DayZ-Livestream. Jo! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020